Das ist unser mittlerweile eigentlich erstes Schnitt, was wir damals wirklich gemacht haben. Wir waren eigentlich durch Spanien durch, deswegen kam Spanien und dann sind wir in Portugal gelandet. Auf einem wilden, verrückten, verruchten Campingplatz. Alles schön shabby. Und da haben wir jede Nacht des Morgens in drei, vier im Feuer gesessen. Gerauch, das ist sorgfältig. Und da kamen diese ganzen Ideen. Und das nächste Stück heißt einfach Caralight of the Sun, entstanden 1987. Musik 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 Die Gitarre lag zwei Tage im Auto bzw. im Zelt. Keine Chance. Okay, kurze Zwangsumbau-Pause. Macht ziemlich, ne? Kurz wieder runterziehen. Die Gitarre lag zwei Tage im Auto. 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 Musik 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 Ja, zwischendurch bist du das Kameel in der Cover-Round in der Sonne. Mal kurz sein Fuß aus Grunen. Deswegen haben wir noch mal einen kleinen Unterbrecher gebracht. So, das nächste Stück ist eigentlich dadurch entstanden.